Jährliche Instagram-Rechlist – Külje schlägt Schwester Kim Jedes Jahr werden von Hoppag die reichsten Instagramer gewählt. In diesem Jahr ist der erste Platz keine Überraschung. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass Külje Jena, 20, im kommenden Jahr höchstwahrscheinlich die jüngste Milliarderin der Welt wird. Nun ist sie mit einer Million US-Dollar pro Werbepost die bespitzelte Insta-Nutzerin. Damit schlägt sie auch Schwester Kim Kardashian, 37, die nur 720.000 Dollar für ein Posting bekommt. Jährliche Instagram-Rechlist – Külje Jährliche Instagram-Rechlist – Külje Jährliche Instagram-Rechlist – Külje